hallo leute da ist wieder eure rei und zwar die mit den ganzen öhrchen viel maus und willkommen heute beim mass effect wieder wir haben hier einen weiteren teil und zwar den teil nummer das video ist ein mitschnitt von unserem twitch stream den ihr auf twitch tv slash toyray link übrigens ist da unten nebst anderen gerümpel ja da da könnt ihr mich live erwischen gleichzeitig ja dabei ansonsten viel spaß beim zuschauen so sicherheit dürfte sie sich jawohl ich hoffe wir schaffen es da irgendwann mal hin ich finde die pfeile da ein bisschen komisch aber die sind schnieke ich finde die typen lustig wenn man sich das mal so anschaut was hier so an leuten rumläuft das ist der turm und das ist die sicherheitsakademie das heißt er muss da irgendwo rumhängen aber wo 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 ist der rex schauen wir mal ob er vielleicht da ist wow okay dann wow also wir merken hier schon da ist einiges los auf diesem hub aber den rex haben wir noch immer nicht gefunden okay zus 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 dann schauen wir uns mal an wie wir den captain erwischen oder sonst irgendjemanden Oh wow. Was zum Henker bist du da? Also ich sehe schon, hier ist einiges los. Diplomatie, also meine Diplomatie schaut ein bisschen anders aus, die trage ich immer am Rücken. So ein tragbares Diplomatie-Kabinett. Commander Shepard, ich erwartet nicht, dass du hier gesehen hast. Amassador Udina sendet dich? Hm, ist das wichtig? Ich kam auf mein eigenes. Ich brauche Informationen. Äh, ja und zwar die C-Sec. Tell me about C-Sec. C-Sec provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're civilian government agency, though many of our members have had military training. Natürlich. And of course, the C-Sec representative to the council, I spend most of my time liaising between the two. Ja klar. Du bist da einmal sauber, wenn ich das einmal so sehe, weil du genau zwischen die Fronten sitzt. What do you know about the Spectres? The right hand of the council, so they like to be called. More like the underhanded side of the council. Ah ja, äh, du hast ein Problem mit denen? What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Ich mag ihn. Ich mag ihn. I'll be going now. Goodbye, Commander. Weil ich muss echt sagen, da hat er recht, alles was sich irgendwie wehr kontrolliert, die, äh... Wisst ihr was ich meine? Oh. Wir hacken uns da mal rein. Ah ja. Also die Seasack hier ist durchaus auch ein relativ interessanter Haufen. Ja, wer bewacht die Wächter? Das ist immer eine berechtigte Frage. Weil im Endeffekt... Moment, da wollte ich eigentlich nicht hin. Äh... Ups. Ich wollte eigentlich nur laufen. Äh, wie schauen wir da aus? Oh. This place seems strange. I wish there were more humans around. Hello, Commander. Can I get you something? Zum Beispiel? What have you got? Information mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Hmm... Schauen wir mal mehr. Schauen wir mal mehr. Well... You've found the Embassy. Not much going on here. Across the bridge you'll find the bank, the Emporium and Shairas. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. Okay, danke. Aber, äh... Das ist nicht ganz mein, mein Ding. Ich will eigentlich... Ich suche eigentlich Wechs. Na man hier. Wir alle sehr, sehr busy. 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 Was willst du? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right. Sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari Consort? I... Ähm... Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. Never wanted to see her, did you, Fredericks? I, uh... No. I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits, just to go in and talk to her. I understand. That's fine, Private. Just tell me where to find her. Sure. She's across the bridge from the embassy. Thank you. Try not to get into too much trouble. Try... Ah, it's... Äh... Okay. Ich mag die. Einfach mal so voller Art hier. Aber unseren Racks haben wir immer noch nicht gekriegt. Wow. Äh... Jetzt müssen wir mal schauen. Irgendwo ist hier doch... Äh... Ich schau mal die andere Seite rauf. In der Hoffnung, dass ich da noch was finde. Wir brauchen ja nochmal den... 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 unseren. unseren. Dann müssen wir den nochmal zur Rede stellen. Okay, die Tür ist out of order. Na komm. Ähm... Harkin. Er wurde gedeckt? Der Mann ist ein Scheiße. Er sollte ein langes Mal verletzen haben. Er war einer der ersten Menschen-Seasec-Officer. Ich glaube, es würde schlecht aussehen, wenn er gebeten hat. Hm, klar. Da hast du ne Ahnung. Ähm... Wie schaut's eigentlich mit dem, äh... mit Barla aus? Tell me about Barla Vaughn. Er spezialisiert in moving large sums of money without leaving a paper trade. Ah. Ein financial genius. Er macht nichts illegal. Aber er kennt all die Löwen. Er hat eine impressive Klientliste. Uh. Ambassadoren, Diplomaten, Spectre. Das ist wahrscheinlich, warum der Shadowbroker ihn benutzt. Wie ist es mit dir und Saren eigentlich gelaufen? Du und Saren haben eine Geschichte. Was hat passiert? Über 20 Jahre ago. Ich war Teil einer Mission in der Skillionen-Verge. Du warst doch irgendwann mal angeblich... Saren eliminatete sein Ziel. Aber viele Menschen sterben während der Weg. Innocenten Menschen. Und die offiziellen Rekord haben einfach... das alles aufgelöst. Aber ich sah, wie er arbeitet. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Er würde 1.000 innocenten Zivilisten, um eine Krieg zu Ende mit einem zweiten Gedanken. Äh, wie ist das mit den, äh... Rat und Botschafter? Unsere Ambassadur scheint nicht mit dem Künstler zu kommen. Er ist einfach frustriert. Der Künstler ist immer präsentiert, dass wir als Teil der Galaktische Gemeinschaft haben. Aber für sie ist eine eine Strecke. Sie wollen uns zu erhöhen und zu erreichen, wie die Skillionen-Verge und die Attacan-Traverse. Aber wenn wir Probleme haben, sie wollen uns nicht helfen. Jeder weiß, dass es nur ein Zeitpunkt ist, bis wir einen Satz auf dem Künstler. Aha! Und ich meine, wir wären schon unabhängig, oder? Ich verstehe, was du meinst. Und, äh... Wie schaut der Barla aus? Achso, nee, das war der, äh, ja. Ja. Wow! Genau! So, wir gehen mal da. Äh, irgendwie ist die Sache das, äh... Bedenken-Bedenken-Bezing-Hydro, äh... Und was ist unten links? Was ist unten links? Ja, äh, zu den Spectren will ich ihn auch eigentlich... Ah! Ja, stimmt! Der hat ja, äh... Mit der Bar. Ja. Ich will mehr über die Spectren. Sie sind nicht deine typische Regierungsagentur. Sie arbeiten allein, hinter den Zielen. Sie haben ihre Probleme, die der Künstler nicht. Es ist nicht einfach, Frieden in einer gesamten Galaxie zu保fieren. Der Künstler preferiert, die Diplomaten und Negotiations nutzen. Aber es gibt noch mehr extreme Maßnahmen, die brauchen. Ähm... Und wenn einer zu weit geht? Was passiert, wenn ein Spectre rogues geht, wie Saren? Es passiert nicht oft. Die Künstler sind vorsichtig, wenn sie ihre Kandidaten wählen. Aber wenn etwas falsch geht, gibt es meistens nur eine Lösung. Schreib einen Spectre, um den rogues Agenten herzustellen. Also, äh... Sozusagen in der Hoffnung, dass da nicht ihr bester Mann Hops geht. Und, äh... Wie sind die eigentlich organisiert? Was ist der Kommandstruktur? Es gibt keine Kommandstruktur. Es gibt keine Kommandstruktur. Sie antworten direkt auf die Künstler. Manchmal sind sie auf spezifische Missionen. Manchmal sind sie auf der anderen Seite. Manchmal sind sie auf der eigenen Seite. Sie arbeiten nicht außerhalb der Law. Sie machen, was es braucht, um ihre Beine zu erreichen. Die Künstler einfach ein blindes Gesicht. Die Spectre haben viel Kraft. Das ist das Problem. Aber ist das alles irgendwie legal? Also meiner Meinung nach dich, oder? Na klar. Na klar. Na klar. Also das ist ne... Äh, natürlich. Und wie wird man einer von denen? Wie werden sie entscheiden, wer ein Spectre wird? Du kannst nur nur umgehen, um zu sein. Es gibt keine Trainingsprogramme. Spectre sind nicht gemacht. Sie sind geboren. Die Künstler sind immer wieder auf die Künstler und die Künstler sind immer auf die Künstler. Sie haben sich gemacht. Wie du. Sie haben dich für Jahre geguckt. Sie sehen etwas in dich. Sie wollen dich auf ihrem Seite. Nihilis war es, um ihnen eine letzte Rekommeldung zu geben. Mit ihm weg. Die Dinge sind noch im Luft. Ähm... Was war es eigentlich hier, was wir von ihm kriegen? Ich sollte gehen. Ich werde hier sein, wenn du was brauchst. Aber es ist durchaus eine Sache, was sagt, da muss man vorsichtig sein mit diesen... mit diesen Typen. Und wo ist dieser Rex? Ich verstehe, was du sagst. Aber diese Anlegungen sind sehr ernst. Ich kann... Das ist... Ich hatte gerade ein Déjà-vu aus einem Film. Aus einem... Trickfilm. Wo ein... äh... Faultier irgendwas aufnimmt. Oh, mein... Oh, mein... EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. Ich bin Din Korlac. Volus Ambassador. Ist es etwas, was ich für dich tun kann, EarthClan? Bist du schlecht gelaunt? Du hast ein bisschen Kipp auf deinem Schulter, Din. Ja, genau. Ja, genau. Und yet, the council has granted you great favor. Oh... Chastising, Rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Goal as territory has expanded tenfold since coming to the city. Äh... Das... Ich... Ich hab... Äh... Also, Zoo Mania hat sich definitiv das Ding da angeschaut. Hm... Äh... Wie schaut's eigentlich... Ah, ich geh jetzt einfach mal da. Das ist echt mir... Das ist mir zu viel Zoo Mania. Das ist mir Zoo Mania hoch 3. Da gehen wir jetzt. Äh... Ich hab den Rex immer noch nicht ausgehoben. Aber wir können jetzt mal eine Schlägerei, glaub ich, starten gehen, oder? Ich würd sagen, wir gehen in die, äh... Bar, in dieses Nest. Und... Hauen dort mal, äh... Dem Typen kurz mal eine... Ja, äh... Wir erklären ihm mal, dass das so nicht geht. So, wir wollen in die Bezirke. Und zwar, äh... Zu... Äh... Koras Nest. Und schau mal, dass wir da reinkommen. Mal auf da. Und, äh... Ach so, das sind die Marktleute hier. Da wollte ich ja gar nicht hin. Mau! So, da haben wir aufgeräumt. So, dann gehen wir mal wieder in den... Etwas deutschen Club hier. Utsch, 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 utsch. Party, party, yeah, yeah, yeah. Ha, ha, ha! Ei, 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 ei. Ei. So, Kollege. Äh... Wir suchen einen bestimmten Typen. Ähm... 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 Sorry. I'll get you when I can. Also, wir müssen da mit dem Typ reden. Äh... Keine Bots-Helmchen. Echte Follower und ein aktiver Chat. So, äh... Im Tagebuch steht, äh... Wir haben... Äh... Konrad Vermeer. Äh... General Septimus. Septimus. Okay, den müssen wir jetzt finden. Wo ist der Septimus? Du, ich sag mal so, wenn der Chat sehr aktiv ist und solche Sachen, dann baut sich so Scheiß hier im Channel ganz von alleine. Das kannst du mir glauben. Hier alles am Knutschen? I got business here, but not with you. Commander. What do you want? Gibt's Probleme? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days and... There's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. Okay. If you feel that way, then why spread lies about her? Cause she rejected me. Me! Septimas Araka! Ah... 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 Kollege, du bist erbärmlich. Some General. What kind of example are you to your troops? The troops can kiss my leathery backside. All I wanted was to retire and be with her. I appreciate what you're trying to do, but... Don't waste your time. You need to start acting like a General if you want to beat this. I spent all my life acting like a General and what did it get me? Huh? No. Those days are over. I'll just be what I am. A tired, lonely, worn out soldier. I'll buy it. I'll buy it. I'll buy it. You're a damn General. Stop your whining. Ha! You got balls, kid. There are only five people in this damn galaxy who talk to me like that. So you think it's that easy? Just straighten up and act like a General? I don't think it could hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. Freut mich zu hören. This is no place for someone of your stature, General. Alright. I'll go to her. After I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? What do you want me to do? There's an Elcor diplomat out there. I believe Shaira gave up his secrets. Why does he think that? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. Why can't you tell him yourself? Well, the last time he saw me, I... I was disparaging his ancestors. Shouting his secrets in public. Ow. Take this data pad. It shows where I got my info. We'll exonerate Shaira and convince the Elcor. Where? Who am I taking it to? And where is he? His name is Zaltan. He's an Elcor diplomat. He's over in the embassy complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself. Oh, wow, wow. Me and General? How do you imagine a general like that getting so upset about a woman? Yes, him. Yes. I'm... Yes. The back rooms are private. Reserved for Fist and his friends. Who is Fist? He owns this club. But the customers have to stay out front. Und der andere Kroganer? Da wissen wir ja, wie wir das suchen. Gut, dann sind wir da mal weg. Und ich bin jetzt echt am suchen, wo wir diesen Rex finden. Der Club ist nicht ganz so mein Ding, aber wir können uns da hocharbeiten. Ich meine, die Schießerei war ja schon relativ geil. Ich meine, ich sag's jetzt mal ganz böse, lieber Lordi, so in einer Liga mit Gronkh spielen, das wär so ein guter Neujahrsvorsatz, oder? Ne, also ich sag jetzt mal so, dass das träum ich mal, aber viel mehr als träumen wird's nicht reichen. Das ist einfach ein Fakt. Das werden wir nicht schaffen. Aber träumen dürfen wir. Wie schauen wir denn hier eigentlich aus? Da ist noch, da sind die Märkte, ah ja, okay. Müssen wir eine Ebene hoch? So, äh, okay. Da hier, äh, da könnten wir echt ein Nachtsichtgerät brauchen in dem Ding hier. Brutal. Okay, das hier ist wieder so ein Käfer. Mal durch hier. Aber ich find's relativ schön gemacht, wie das, äh, das Game für das Alter. Wir reden hier von einem Game 2008 in der Fassung. Und das muss man echt einmal... Oh. Also die Nachrichten sind geil. Das war's mit Mass Effect für heute. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn's euch gefallen hat, wenn ihr's bis hierher geschafft habt, dann seid ihr ohnehin die Größten. Würde ich mich über Däumchen nach oben freuen. Äh, vielleicht ein Abo. Und wenn ihr Sachen anders gelöst habt oder irgendwelche Tipps habt, wisst ihr was? Lasst mir einen Kommentar da oder schaut einfach auf meinem Stream vorbei. Link in der Description. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Miaw.